So, ein paar Snacks. So einen Kaffee. So einen Kaffee. Warte, Kaffee. Ein paar Schokolade. Zwei allein. Da geht es einem richtig gut. Und schön, erholsam, einfach raus schauen. Und die Gegend genießen. Sich einfach gut gehen lassen. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch alles. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Einfach unten auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr auch meine weiteren Videos. Bis dann. Tschüss.